Norddeutscher Rundfunk 2021 Herr Amt! Ah, der Herr Gerichtsvollzieher! Wenn Sie kommen, gibt's entweder Ärger, Arbeit oder beides. Ich bin aber eigentlich schon weg. Christiana, guck, wie geht's? Wie ist's? Sorry. Was haben wir Unangenehmste? Ja, ich hab mir gedacht, weil ich grad hier in der Nähe war, ich komm gleich selber wegen morgen. Wegen morgen? Ja, haben Sie mein Schreiben nicht gekriegt, wegen der Zwangsräumen, Stierstraße 11. Stierstraße 11? Ja. Da hast du überhaupt noch unser Bezirk gehabt. Ah, ja. Das ist schon Ihr Bezirk, da brauchst du nicht nachschauen. Geh, schon. Ja, da haben wir ja schon den Burschen. Sirk Max. Dichter ist er. Aha. Ist es zu erwarten, dass sich der Dichter dieser Zwangsräumung widersetzt? Also, zwei Beamte täten nicht Schaden. Auf alle Fälle. Und wann wollen Sie's machen? Ja, den Möbelwagen hab ich auf 11 Uhr bestellt. Moin. Ja. Also gut, dann kriegen Sie moin 11 Uhr zwei Beamte. Gut. Wiederschauen. 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 Na ja. Eine Räumungssache für einen Räum. Ein Dichter ist er. Auf Wiederschauen. 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 Es gibt Ärger. Schirmen Sie uns wieder einen schwarzen Beter zu? Steht das überall morgen in der Zeitung und wir können ja kein nix dafür. Einfach nicht lesen. Schlechte Kritiken liest man nicht. Ich werd bei ihm vorbeifahren, er liegt am Weg. Vielleicht kann man reden mit ihm. Ich werd sagen, lieber Herr, sind's vernünftig, ziehen's freiwillig aus. Sie ersparen sich damit eine Menge Ärger und unsere Arbeit. Zweifellos ist es nicht der Schatten der Lerche. Der Schatten versinkt lautlos im Strom wie anders. Sollte ein Schatten versinken, der lautlos seitlich schnell wie Wasser durch ein Sieb. Sehr schön. Und ganz logisch. Das ist mir sehr wichtig. Wissen Sie, dass ein Gedicht logisch ist. Wie Wasser in ein Sieb. Großartig. Haben Sie das gedichtet? Ja, natürlich. Gratuliere. Aber leben kann man von sowas nicht. Na ja, das ist sehr schwer. Ich könnte Ihnen noch mal im Zyklus auch zu den Schwänen vorlesen. Ich muss ja zum Essen heim und dann ist ja das mehr ein halbamtlicher als ein halb privater Besuch. Ich wollt ja nur schauen, dass Sie die Zwangsräumung wollen verhindern. Schauen Sie, Sie haben ja bei so einer Räumung nur Kosten. Das können Sie ja mit Dichten gar nicht verdienen, was das kostet. Was glauben Sie nicht? Und raus müssen Sie doch. Sie haben nur Kosten und die Inspektion hat nur Ärger. Also Sie müssen die Zwangsräumung verhindern. Verhindern? Verhindern? Aber wie, ne? Ja, mei, indem Sie ausziehen. Die Welt ist grausam. Sie ham so alte Möbel und schreiben so moderne Sachen. Ja, die Möbel, die sind noch von meinen Eltern. Ah, sehr schön. Na ja, wahrscheinlich könnte man die von Dichten gar nicht anschaffen. Und will man vielleicht gar nicht. Schreiben Sie doch einmal was fürs Fernsehen. Denn wir können auch die Dichte brauchen. Also Sie schauen jedenfalls, dass Sie morgen die Wohnung vor 11 Uhr geräumt haben. Tja. Ja, aber wo soll ich denn hin? Ja, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Jedenfalls, hier müssen Sie raus. Aber... Ja, morgen um 11 Uhr kommt der Gerichtsvollzieher mit zwei Möbelpacker und einem Möbelwagen. Tja. Der Gerichtsvollzieher, der gibt mir auch keine neue Wohnung, oder? Ja, natürlich nicht. Ja, seht's. Wo soll ich denn hin? Ja, das ist nicht seine Sache. Der Gerichtsvollzieher, der lagert Ihre Möbel ein. Und die Kosten dafür zahlen Sie. Und wenn Sie die Kosten nicht mehr zahlen können, dann lasst der Gerichtsvollzieher das alte Klump hier versteigern. Und Sie wissen ganz genau, was alte Möbel bringen. Jedenfalls kostet eine Zwangsräumung das Zehnfache von dem, was Sie da kriegen. Also seien's vernünftig. Sie müssen. Also gut, ich werd nachgeben. Also Sie räumen. Ja. Freiwillig. Ja. Sehr g'scheit. Der Schwächere gibt noch. Herr, Herr Inspektor! Ja? Jedenfalls, jedenfalls danke ich Ihnen für Ihre Hilfe. Ja bitte, selbstverständlich. Äh, hier. Mein Gewichtband. Ich hab mir erlaubt, eine kleine Widmung hineinzuschreiben. Für mich? Danke. Für Geke. Die sind nicht immer. Halt, halt, halt! Der ist eine Wand, hier. Da vorn ist die Tür. Da, ja. So. Solang die Bausteher arbeiten, und die werden sicher nicht vor dem nächsten Herbst fertig katapuliert, Er hat gesagt, du kannst den Strom schon haben. Auf das Bisserl, was du brauchst, hat der Polier gesagt, kommt es bei der Millionen-Bauruine auch nicht mehr drauf an. Und du g'fallst ihm, hat der Polier gesagt, nur weiter so. Entschuldigung. So, was ist jetzt mit dem Wasser? Geh, Pitsche, geht halt weg, ne? Doch, da haben wir Wasser. Also, ist alles Fertige? Alles, ja. Die jetzt zusammenkehren, weil Wieselrein muss ich die Wohnung übergeben, heißt ja. Und dann geb ich dem Haus eine Schlussung, ne? Da wird hinter der neuen Wohnung ein Fass aufmachen. Was ist denn das? Da stellt einer seine Möbeln im Park. Ja, darf der das? Ja, vielleicht. Vielleicht hat er eine Genehmigung. Hören Sie auf, das gibt's doch gar nicht. Warum nicht? Bei derer Wohnungsnot, da gibt's doch bestimmte Fälle. So quasi so. Notfälle. Verstehen Sie mich? So'n Blödsinn hab ich auch schon lang nicht mehr gehört. Sieh, gell, das verbieten wir viel. Wenn ich ja bloß ein Rentner bin. Aber für ihn red ich noch lang kein Blödsinn daher. Na ja, ich bin krankgeschrieben. Jetzt hätt ich ja keine Zeit, hier rumzustehen. Krankgeschrieben sind's. Was wollen Sie noch da? Dann gehören Sie ins Bett. Ja, aber was macht jetzt der Mann im Winter mit seinen Möbeln? Das ist doch ganz einfach. Im Winter deine ... Die Genehmigung, die der hatte, ist nur für den Sommer. Ich kenn mich da aus. Also, ich möcht da nicht wohnen. Mir tätts da viel zu viel ziehen. Aber die Luft ... Die Luft, die, wo die haben ... Polizei! Da schafften wir aus, ein bisschen Platz da. Da müsst's was unternehmen. Jawoll, da wird schon was unternommen. Nein, nur mit Genehmigung des Wohnungsinhaus. So. Sehr schön. Aber das hab ich Ihnen nicht empfohlen. Ich hab geräumt, ne? Dürfen wir eintreten? Selbstverständlich, ja. Besten Dank. Ah, da ist ja der Hausherr, Herr Bermansieder. Ja, also, ich weiß nicht. Hier, den Schlüssel. Herr Bermansieder. Ja? Ist die Wohnung geräumt? Haben Sie sich davon überzeugt? Jawoll. Dann haben wir's ja. Dann ist ja alles in Ordnung. Dann darf ich um Ihre Unterschrift bitten, um das Protokoll. Die Kostenrechnung geht natürlich an Sie. So, da war er. Als Dank, Herr Schöninger. Bis zum nächsten Mal. Nein, nein, bleiben Sie da. Ich brauch Sie noch. Wieso? Meine Sache ist erledigt. So. Entschuldigung. Ja, aber der kann doch nicht da bleiben. Räumen Sie da. Ich hab eine Wohnung zu räumen gehabt. Die Wohnung ist geräumt. Von der Räumung einer Parkanlage steht nichts in die Papiere. Da muss ein neues Urteil gehen. Sie machen es jetzt leicht. Wer macht es jetzt leicht? Das ist der Rest der Kaution nach Abzug der Mietrückstände. Aha. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ich bin nicht so. Ich muss nur auch auf meine Sachen schauen. Sie hätten nicht hinaus müssen, wenn Sie immer die Miete bezahlt hätten. Ja, dann quittieren Sie es bitte. Hier. Tja, dann weiter alles Gute. Auf Wiedersehen. Also, vorerst regnet es nicht, hat der Wetterbericht gesagt, ne? Na, auf den würde ich mich nicht verlassen. Ich meine, das geht nicht auf die Dauer. Ja, aber Sie, Sie sehen doch, dass es geht. Sie sind ganz hübsche und frisch. Naturfrisch. Möglicherweise sogar gesund, wenn man jung ist, aber irgendwie anarchisch. Ich muss das machen, wenn die Dauerhüben nicht verlassen. Nein, sie sehen doch, wir haben ja noch tolle Nacht. Du bist das? Sorry, ich muss das machen. Du bist das? Ja, c'est das. Wir haben ja noch am Sonntag und ich. Hier haben Sie sich in der Hier sein. Das ist alles absolut unzulässig. Wo steht denn das? Das weiß ich nicht. Das kann doch nicht zulässig sein. Die würden doch die Stadt darschauen, wegen das alle machen. Ja, alle kommen auch nicht auf solche Ideen. Das Musizieren auf öffentlichen Plätzen ist verboten. Das ist jetzt eine Wohnung. Da können die musizieren, solange das wollen. Wenn man wenigstens im Zimmer lautstärke. Also Hausbesetzung ist das keine. Ja, das ist eine Parkbesetzung. Das ist ein Präzidenzfall. Der wird die Behörden noch lange beschäftigen. So was machen jetzt die, wenn's heut regnen anfängt? Das wär glänzend, weil dann wird das Problem für uns alle weg. Dann schwarzes weg. Schwarbatzers weg? Wenn's heut regnen, darf noch ein Schwarbatzers weg. Du, du hast den Artikel gelesen. Stehen wir drin? Nein, nicht namentlich. Nein, nicht namentlich. Haben wir nur mein Schwein gehabt. Was liest denn du da? Gedichte, ich glaub, das interessiert damit. Schau. Moderne Lyrik, aber total unverständlich. Genau was Lyrisches. Frau Wirtin hat auch einen General. Nein, das ist ja was Anständiges. Und lässt den Zug entgleisen. Jetzt zieht's zu. Sag ich dir. Spätestens in zwei Stunden fängt's zu regnen an. Vielleicht schwarb's noch weg. Das ist ein Dichter. Der Falke tut's überhaupt nix an. Solange wir keine Weisung von oben haben. Die oben sollen sich was eifern lassen. Ah, das trifft wieder schon. Mich würd's eigentlich interessieren, was er so macht. So, Herr Sirk, in seinem Park mit dem Möbel. In den Ohren du liegst auf der Wiese, träumst. Park an Nadel mit Möbeln bestückt. Werden die Beamten der Polizeiinspektion 1 ersucht. Was sind wir? Ohne die Bevölkerung zu beunruhigen. Auf eine gütliche Bereinigung der Situation hinzuwirken. So hinwirken sollen wir. Ja. Und wie? Steht nicht drin. Das ist doch ein Schmarrn. Na ja, vielleicht trinkt's. Weil das wär höhere Gewalt. Na ja. Na ja. Na ja, ist gut. Na ja. Nur eine Frage. Sie wissen das sicher. Wo soll denn das sein? Das ist doch hier in Ihrem Revier. Hier. Allerdings. Was möchten Sie von ihm? Haben Sie eine Wohnung für ihn? Nein. Ich bin Verleger. Mein Name ist unschuld. Ich komme aus Gießen. Und hier steht, bei dem Mann, der seine Möbel da in den Park gestellt hat, handelt es sich um einen Schriftsteller. Allerdings. Möglicherweise ein Genie. Ach, Sie wissen davon? Ja. Wir kennen seine Lyrik. Ein hervorragendes Talent. Sag Adieu auch zu den Schwänen. Maximilian Sirk. Den Namen wird man sich merken müssen. Den hab ich mir schon gemerkt. Und wo finde ich ihn? Wenn Sie einen Moment erwarten, dann können Sie nachher mit uns fahren. Na ja. Dankeschön. Vielen Dank. Das wäre die Lösung, wenn er den Künstler entdeckt. Dann kriegt man los. Das ist ja hier drin. Das ist ja hier drin. Danke, danke. Der Künstler ist ja hier drin. Dann kommer ich eine neue neue Künstler, Er, er mit dem weißen Schirm, das ist der Dichter. Verbindlichen Dank. Bitte, ist gern geschehen. Herr Sirk? Ja? Mein Name ist Unschuld. Ich bin Verleger und komme aus Gießen. Ja, einen Moment, bitte. Bitte, gib einem Rudi den Schirm. Ja, Herr Unschuld, einer der progressivsten Verleger. Ich kenne Sie. Das freut mich sehr. Sie kommen zu mir. Ja. Wenn nicht einmal der Regen macht, werden wir es aus. Das schwappt nicht weg. Den bringen wir nicht los. Nackert in einem öffentlichen Tag. Möchtest du einschreiten? Schauen wir es uns an. Nein. Ich kenne Ihnen auch einen Vertrag anzubieten. Den habe ich Ihnen auch gleich mitgebracht. Merci. Ich kenne Sie. Schaut es dir nicht? Ach ja, als Privatmann schon, aber als Beamter, da muss ich mich erst dran gewöhnen. So was war noch vor einem Jahr Erregung der öffentlichen Ärgernissen. Ach, gewollt. Das war einmal. Aber dieses Jahr ist nackert kein öffentliches Ärgernis mehr. Das ist jetzt Kunst. Aber ob das nur Kunst ist, weil Sie den nackert ummelden lassen, das bezweifeln ist. Du, Kunst ist immer eine Ermessenssache. Es kommt schließlich darauf an, wer nackert ist und wer abmeln wird. Aber die Kleine, die kommt schon Kunstzeit. Geht mir aus der Sonne, oder gebt mir dir. Hey, heisst du dich nicht an? Ja, hören Sie, das ist meine Wohnung. Heisst auf deine Wohnung. Ja, hören Sie, das geht aber nicht. Aus. Kein Bier mehr da. Bitte verschwinden Sie. Hier ist keins mehr da. Ernst, hier gibt's kein Bier. Bitte gehen Sie morgen. Er sagt, es ist kein Bier mehr da. Er sagt, es ist kein Bier mehr da. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Sehr gut. Wie viele da ja sich nicht, nein, 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 nein. Nein. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Tja, und wie viele da inzwischen noch gekommen sind, das weiß ich natürlich nicht. Es wird sich halt herumgesprochen haben in Gammler-Greise. Wissen Sie, so was spricht sich schnell herum. Und was wollen Sie jetzt tun? Ich? Ich mein, die Polizei. Die Polizei? Was die Polizei tun wird? Gar nichts wird die Polizei tun. Schaut Sie, ich... Sie müssen mir doch helfen, ne? Ja, freilich. Weil Sie und Sir Gergert haben mit Ihrer Wohnung im Park, sollen wir Ihnen jetzt helfen? Nein, nein, da geht nix. Schauen Sie, ich mach Ihnen einen Vorschlag, ne? Wie? Ein Verleger ist auf meine Aktien aufmerksam geworden, ne? Stimmen Sie sich vor? Ja, aber... Endlich, ne? Ein Verleger aus Gießen, ne? Das eigenes aus Gießen, Herr Unschuld, einer der progressivsten Verleger, ne? Das eigenes aus Gießen, weil er auf mich aufmerksam geworden ist, ne? Ja, dann sagen Sie doch, hier einen progressiven Verleger Unschuld, als würde ich Gammler vertreiben. Nein, nein, der ist ja schon längst wieder weg, ne? Aber schauen Sie, er hat mir sofort hier einen Verlagsvertrag gegeben, ne? Ja, und wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich bekomm ich noch den Förderpreis, ne? Besser wär in die Wohnung. Ja, die bekomm ich auch. Also bitte, bitte, verjagen Sie die Gammler. Sieben Morgen zieh ich in der, in der Hotel. Ja? Ja? Ernwurt? Ja, Ernwurt. Dann baut mal's. Geht mir aus der Sonne, oder gebt mir Bier. Geht mir aus der Sonne, oder? Ja, ja, geh mir, geh mir, geh mir. Herr Sirk, kommen Sie her. Bitte, dann sind Sie weg. Ja, und die kommt nicht zurück? Nein, heute nach ganz bestimmt nicht. Dann vielen Dank, bitte. Ernwurt haben Sie gesagt, gell? Ja. Er ist mir, Junge. Ja. Jetzt ist der Sommer fast vorbei. Ja, ja. Weißt du, unser Dichter? Der hat Karriere gemacht. Silberne Platte hat er gekriegt und 5.000 Mark im Bau. Für was? Für seine Gedichte. 5.000 Mark? Der Literaturpreis ist in der Zeitung gestanden. Aber du liest ja keine Kultur nachrichten. Ich will reagieren, aber der Sportteil ist immer so dick. Fürs Heck! Mach was? Nein. Auf den Tisch, privat. Was ist? Ein Buch. Buch? Ja, da brauche ich ab. Nein, nein, wir haben es schon untersucht. Nichts Verdächtiges. Braucht doch kein Buch werden. Ja, Maximilian Sirk. Poesie unserer Zeit. Jetzt kriegt er schon einen ganz anständigen Einwand. Der Dichter. Ich stelle meine Möbel in den Park. Großartig, die modernen Dichter. Aus jeder Idee. Und wär sie noch so klein. Mach er die Heider Buch? Ja. Ja.